Norddeutscher Rundfunk Aber wir sind am Aquario Was war jetzt Eintritt? Eintritt waren jetzt... 30 Euro Ok, alles klar Was kommt hier? Pinguine Pinguine Naruto Run Naruto Run Das ist gehörlich vielleicht Pinguine 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 Nummer Z pm Ne K Schuess H Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf geht's. So, wir sind wieder bei den Pinguinen. Wir beenden jetzt den Ausflug zum Aquarium hier in Bergen. Da oben sieht man übrigens die Aussichtsplattform vom Mount Floyen. Das ist ja eigentlich immer alt. Also ich finde es sehr zentral gelegen alles. Wir haben uns auch ein Hotel mitten in der Stadt geholt. Und ich glaube wir hatten weniger als 20 Minuten überall zum Laufen, oder? Wir sind so ziemlich genau richtig vom Hotel, dass wir von allen Sachen überall schön hinkommen. Die knapp 30 Euro hier für einen Eintritt. Ich fand am Anfang, ich dachte echt, dass das ein bisschen übersichtlich ist. Aber wir sind dann insgesamt zwei Stockwerke nach unten gegangen. Es ist größer als man denkt. Ja, wirkt von außen echt nach wenig. Aber echt schön gemacht. Wir gehen jetzt baden. Genau, wir gehen jetzt baden. Wir gehen jetzt noch kurz mal ums Aquarium herum. Und da vorne Richtung Wasser. Und weißt du wo wir dann sind? Am nördlichsten Punkt? Am nördlichsten Punkt der Welt, wo wir beide jemals standen. Das ist super. Bin ich dafür. Auch wenn es kalt ist heute. Es wird gern hier total cool. Cool wie kühl. Oh Gott, ist das schön. Also sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.